Ja, ein wunderhübsches Hallo, ihr geilen Menschen da draußen. Ja, wir sind wieder zurück. Ich muss mal grad gucken, ob ich Fingernägel sauber hab. Ja, es geht. Wir sind wieder zurück mit dem Adventskalender. Jawoll! Tag Nummer 15 ist angebrochen. Oder ehrlich gesagt, ist schon fast zu Ende. Deswegen warten wir nicht länger und drücken hier drauf, um dieses Türchen zu öffnen. Wieder sehr klein, genauso wie die 14, die war auch echt klein. Wir kriegen wieder ein Tütchen mit Kabel. Ach ja, stimmt. Den mach ich jetzt gleich mal sofort auf. Sonst ist ja albern. Hallo, 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 darf ich? Hallo, da, ja. Denn hier drin weigert sich etwas rauszukommen. Na komm. So, jawoll ja. Denn hier drin ist LED. Ja, hab ich ganz vergessen. Der Helikopter hat ja auch eine LED. Ein Lichtlein. Ja, genau. Die hatte ich ganz vergessen. Die klatschen wir doch jetzt rein. Wire. Das ist ein Kabel. Wire. Ja, Englischunterricht. Englisch ist wichtig. So. Nun war es mal kurz weg. Das ist ja hier wieder. Alles ist im Weg. Überall ist es im Weg. Wenn man professionell arbeitet, dann wäre das anders. Dann wieder zu. Und die 15 ist hier vorne. Da haben wir wieder ein Kabel, das wir klipsen können. Und das kommt jetzt, das Ding kommt jetzt, die Lampe kommt da vorne rein. Vorher das Gewicht. Und das Kabel wird in eine Weise gesteckt. Macht Sinn. Vergibt Sinn. So. Dann weg damit. So. Und wir sehen uns eine Etage tiefer. Eine Etage tiefer sind wir zurück. Das gucke ich gerade. Sind wir zurück mit dem guten Stück hier. Und was mir auch aufgefallen ist, gerade in der Anleitung war ja dieses Gewicht vorne hier dran. Das krakte hier ja richtig drüber. Hier bei dem Modell ist es, da fehlt eins. Entweder oder ich bin, ich bin, weiß ich noch nicht. Also ich hoffe mal, das reicht hier. Sonst haben wir ein Problem. Oder wir bekommen das noch. Aber sonst wäre es ja nicht mehr in der... Ich habe keine Ahnung. Wir platzieren jedenfalls mal die LED hier. So. Da ist das Loch, wo es reinkommt. Das macht sich hier wahrscheinlich Klick, wenn sie drin ist. So. Moment. Flügelchen beiseite. Na komm. Boah. Ähm. Ja. Ach guck mal, die hat sogar... Ah. Die muss... Die hat hier so Einkerbungen. Damit die genau da rein geht wahrscheinlich. Boah. Ist immer noch sehr stabil. Moment. Ich muss mal ganz kurz... Raus nehme. Ich zeige. Versuche euch das mal zu zeigen. Ähm. Das ist aber schwierig. Die hat... Die ist auf der einen Seite ein bisschen... Flacher als... Äh. Äh. Sieht man nicht ganz so gut. Also auf einer Seite, an einer Rundung ist es nicht rund, sondern gerade. Damit es halt besser zum Stecken ist. Ich guck grad mal. Hm. Es muss irgendwie hier reingehen, ja. Wir probieren das dann nochmal. Also. Da ist die Lampe. Da ist der Heli. Das muss da rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe dezent Panik, dass jetzt hier gleich was kaputt geht. Oh. Oh. Okay. Probieren wir es nochmal so rum. Und mal so. Klicken. Na komm. Oh. Also. Ich betone es nochmal. Der Kalender ist ab 12. Ähm. Dann sollte sowas eigentlich easy gehen. Eigentlich. Da ist die Einkehrung. So. Ich glaub auf der einen Seite wird nicht drin. Und wieder draußen. Scheiße. Ja. Jetzt haben wir sie drin. Da ist die LED. Naja. Irgendwie fest. Die wackelt noch ein bisschen. Aber. Wie sagt man so schön. Sitzt, passt, wackelt unter Luft. Ne. Aber egal. Aber egal. Aber egal. Sie ist drin. Wer will ich gar nicht. Und da guckt sie jetzt unten raus. So. Und jetzt mal das Steckerchen. Wie war das jetzt? Ähm. Das musst du nach außen gucken. Ne. Hier. Das guckt nach außen. Das kommt jetzt hier. Hier drauf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ach ne. Warte. Es muss so rum. Es muss so rum in diesem Fall. Es ist jetzt natürlich sehr doof, dass sie das ausgerechnet jetzt in die andere Richtung machen. Es muss jetzt so rum drauf. Zack. Okay. Jetzt hätte ich es fast abgebrochen. Ich hoffe es hält noch. Und ich hoffe es leitet auch noch. So. Alle Stecker in diesem Helikopter zeigen, wenn man Fokus hat, zeigen alle Stecker, diese zwei Dinger hier, hier, diese zwei Dinger zeigen immer nach vorne. Auch hier auf der Seite zeigen diese beiden Teile nach vorne. Bei dem Stecker jetzt nicht. Das wäre fast schief gegangen. Aber wir haben es ja noch hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Alles ist da, wo es sein soll. Alles steckt. So. Damit hätten wir auch die LED platziert. Vielleicht kommen wir dann morgen endlich dazu, Verkleidung zu kriegen. Es bleibt spannend. Und diese Spannung möchte ich aufrechterhalten. Deswegen macht's gut. Bis morgen. Tschüdelü. Tschüdelü. Bis zum nächsten Mal.